Moin Freunde und herzlich willkommen zur neuen Runde bei mir. Heute mal aus etwas anderer Perspektive. Und zwar bin ich heute, wenn ich hier schon mal in der Nähe unterwegs bin, auf dem Weg zum Somotasting in Essen. Und ich dachte, ich nehme mich da heute einfach mal mit. Ab nächster Woche kommen dann wieder ganz normal Videos. Aber jetzt erst mal so etwas Kleines für zwischendurch. Von daher, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.